Gut, dann können wir dann die Schatz-Suche machen. Ist er nicht weit entfernt. 379 Meter. Und als nächstes hätten wir dann da auch... Da ist was zum Einsammeln. Ja, dann sammeln ein. Alle mitnehmen. Die Kiste ist ja auch noch nicht so viel zum Einsammeln. Na ja, da ist noch was. So, so. Weißt du auch noch was? Die Werkbank? Ja, du kannst doch mal weg hier. So. Alle mitnehmen, so. Also an der Werkbank rangehen einfach ist nicht. Die Christian Munition ist nicht aufgefüllt. Nee, du musst ja auch machen. Ja, hab ich ja gemacht. Und dann wieder zu machen. Hab ich gemacht, trotzdem. Also meine Raketendinger, die werden nicht aufgefüllt. Welche Raketendinger vom Primo? Vom Raketenwerfer. Von dem Primo hinendrauf? Von Hubschrauber, von Hubschrauber. Ja, ja, der heißt Primo hinendrauf. Ja, ja, der heißt Primo hinendrauf. Nee, nicht der Primo. Der geht von alleine. Voll. So, Raketenwerfer, warte mal. Mal mal schauen. Ob der voll ist. Deiner dürfte voll sagen. Der ist leer, weil... Wieso, ich hab ja zweimal geschossen oder dreimal. Na gut, lange nicht quatschen. Wir gehen jetzt zum Ziel hier. Sonst verklempern wir so viel Zeit. Da ist er. Huuu. 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 Er springt wieder. Er springt wieder. Ja. Spar Zeit. Es war sicher schwer, das zu malen. So. Gut. Da waren wir nämlich hier auch schon mal. Das war aber mit dir. Da war es früher Liga, glaube ich. Das sieht fast so aus. Hier ist der Tasche. Mit dem Durchtauchen, weißt du. Kannst ja Napoleon El Pequenio fragen. Ich hab gehört, der schwimmt nur so'n Geld. Natürlich. Und der hat außerdem das Bedürfnis, alle zu töten, die ihn nerven. So, jetzt hier. Wir haben noch 100 Meter. Nieder. Ah ja. Ach, der ist sich hier noch die Quest mit dem... ...Panzer-Clown. Panzer-Clown? Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ich hab das schon mitgemacht mit mir. Ja, mit dir, ja. Wo du der Lieder warst. Ja. Deswegen ist das eigentlich Quatsch, das alles hier zweimal zu spielen. Oh. So, wie es mal war. Vor all dem hier. Rihada? Klingt vielversprechend. Hier könnte ein Abbild sein. Gut. Dann haben wir hier ein Abbild. Ach, da wär ich ja... ...tauchen und klettern, ne? Weil dann hier so... Ah, dann mal hoch hier. Liane, Liane, komm herbei. Liane, komm herbei. Liane, komm herbei. Okay. Liane, komm herbei. Oh, oh. Okay, Liane. Maliköle. Jetzt beweise ich mich. Da brauche ich gutes Timing. Huh? Oh. Untertitelung im Auftrag des WDR Hup! Ah! Yep. Hmm. Ah! That was a bitch, the fungus made. Ah! It's so hot. Yeah. Hello. Ich glaube, ich gehe gerade hier im Kreis. Ich glaube, ich gehe gerade hier im Kreis. Ich bin hier im Kreis gelaufen. Ich bin da rüber gesprungen. Quer rüber. Ich gehe gerade hier. Ich gehe gerade hier hin. Ach. Tu. Du kommst hier, du kommst hier. your. Ja! funds here, of course. Oh, hier hoch. Kommst du nicht hoch? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie soll ich hoch? Wie komm ich da hoch? Question Mark. Wie geht's? Oh. Ah, jetzt haben wir auch total verfrancht. Oh. 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 So was Blutus. So was Blutus. 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 Blut. 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 und zwei rutschen Was ist das? Komm ich jetzt wieder zurück von hier aus, ah Gott. Ah, 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 Gott. Ah. 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 Neue schnellste Ziele haben wir aber. hey, ein magisches Pferd keine Sorge, ich tu dir nichts kommst du? ich bin ja da, achso ja, wir wollen da hin und mit was willst du da hin bitte? mit dem Pferd Armsang, die Schwaben da mit dem Hubschrauber können wir nicht mehr da ist Luft was Luft? der Luftraum ist noch nicht frei noch nicht frei? nein fernsicht zu weit von deinem Kumpel bei den Pferden bei den Pferden bist du gelaufen oder hast du Bett genommen? ich habe ein Pferd genommen ich überhole dich glatt ja, natürlich das Zebra genommen ist gar warum hast du kein Schnell genommen? logisch du los hast gesagt du los 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 gehen hast gesagt du los 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 geht's! Los geht's! Ja! Wollt! Ja! 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 Ich bin ein Direktor, was ich? Ich bin ein Direktor. Langsam Ruhig, ganz ruhig Panzer Ganz ruhig Wollen wir über den Berg laufen? Oh, den musst du eine bessere Stelle finden, absteigen. Ganz ruhig! Das sind zu viele. Wo bist du? Wo bist du? Wir nehmen dir hier. Warte mal. Wir müssen jetzt da rein. Kommen. Da ist der Lücke. Ja, hier müssen wir vorsichtig sein. Das stimmt. Oh, der ist fünf Meter noch. Das ist ja. 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 Ja.